Schönen guten Tag! Heute geht es mal wieder um eine Menstruationstasse. Fragen und Antworten aus der gynäkologischen Praxis werden heute gestellt. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt. Ich antworte wahrheitsgemäß, wie das ist, mit einer Spirale unter Menstruationstasse, dem Beckenboden unter Menstruationstasse, wie ich die richtig einlege, ob ich das machen kann, wenn ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte, wie ich die eigentlich richtig reinige und wann sollte man so ein Ding eigentlich tauschen. Und noch viele Fragen mehr haben mich hier erreicht. Die werde ich jetzt alle mit euch durchgehen. Viel Spaß dabei! Wenn du dich fragst, was ist das eigentlich? Welche Vor- und Nachteile hat denn so eine Menstruationstasse? Wie funktioniert die? Dann darf ich dich beruhigen. In diesem Video habe ich das ganz ausführlich erzählt. Hier geht es heute wirklich um ein direktes Q&A. Eure Fragen, meine Antworten zu diesem Thema. Wenn du dir die Basics noch abholen willst, dann mach das im Nachgang oder jetzt vorab, damit du Bescheid weißt. Die erste Frage ist, kann ich mir mit einer Menstruationstasse meine Spirale rausziehen aus Versehen durch den Unterdruck? Das ist natürlich eine Frage, die sehr häufig kommt und wo viele Angst vorhaben, wer Spiralenträgerin ist, sagt, ich benutze keine Menstruationstasse, weil durch den Unterdruck ziehe ich mir dann meine Spirale mit raus. Grundsätzlich muss man sagen, egal ob Spirale, ja, nein, Beckenboden, dies und das, muss man und sollte man diesen Unterdruck, den ich euch gerade ploppend demonstriert habe, lösen. Denn wenn ich einfach den Unterdruck drin lasse und hier unten am Pornückelchen ziehe, dann ziehe ich natürlich auch das ganze Gewebe, die Muskulatur, den ganzen Beckenboden mit runter. Das kann unter Umständen sehr schmerzhaft sein und ist natürlich auf Dauer auch nicht richtig super toll für den Beckenboden, wenn ich ja ständig dran ziehe. Zum Beckenboden kommen wir aber gleich bestimmt noch. Da gibt es noch ein paar Sätze mehr zu erzählen. Also, in der Theorie könntest du, und es gibt auch Fallberichte, mit einer Tasse deine Spirale entfernen. Aber ich weiß ja nicht, wer von euch jetzt schon mal eine Spirale aus einer Frau entfernt hat. Ich habe das unzählige Male gemacht. Da gehört schon ein bisschen was dazu, auch an Kraft. Das heißt jetzt nicht, dass man da wirklich sein Bein abstützen muss und dran ziehen muss ohne Ende. Aber die sitzen, wenn sie gut sitzen, ordentlich fest. Und deswegen ist es eine absolute Rarität und wahrscheinlich auch zurückzuführen auf eine nicht gut sitzende Spirale oder aber auf eine sehr weite Gebärmutter bzw. Muttermund, dass man sich selbst so eine Spirale entfernen kann. Aber weil es die theoretische Möglichkeit, auch wenn sie sehr, sehr gering ist, da ist, sagt man, aufpassen bei Spiralnutzerinnen, bitte wirklich den Unterdruck lösen. Dann ist das kein Problem. Und ich bin mir sicher, hier in den Kommentaren werden auch wieder einige schreiben, ja, mir ist das passiert. Da würde es mich mal interessieren, erstens, wie lange lag die Spirale? Zweitens, sehr persönlich. Wie viele Kinder hast du schon geboren? Und drittens, hast du den Unterdruck gelöst, ja oder nein? Also es gibt hier einige wenige Fallberichte und ganz viele 99-prozentige Trägerinnen einer Spirale, die sagen, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. So, und dann, wenn wir schon beim Thema sind, brauche ich gar nicht in die Fragen gucken. Da kommt auf jeden Fall die Nachfrage, ist das denn jetzt irgendwie schädlich für den Beckenboden, wenn man ja hier so einen Unterdruck hat, der ja irgendwie am Beckenboden zieht. Und hierzu gibt es literally keine Studie. Also hierzu gibt es wirklich keine Daten, die irgendwie falsifizieren oder verifizieren, dass das hier irgendwie einen Beckenboden-Impact macht. Aber es gibt natürlich viele Überlegungen, rein physiologisch, anatomische Überlegungen. Erstens sei mal dahingestellt, dass wir so eine Tasse ja jetzt nicht Tag für Tag und über Monate hinweg dauerhaft tragen, sondern dass es für wenige Tage und Momente im Laufe eines Lebens einer Frau ist. Das muss man schon mal festhalten. Der Impact, der Lebenszeit-Impact, sage ich mal, ist also sehr gering. Okay, dann ist hier wieder der große Punkt, klar, wenn ich einen Unterdruck habe und ich rupfe da dran rum, ist das nicht toll für kein Gewebe der Welt. Also ob ich das jetzt hier an meiner Hand jeden Tag mache und da dran ziehe, wird die irgendwann auch blau und weiß. Für das Gewebe ist es nicht gut, für die Durchblutung ist es nicht gut. Aber, und hier muss man ganz differenziert vorgehen, es gibt viel, viel, viel mehr negative Impacts auf den Beckenboden, als das drei-, vier-, fünftägige Nutzen einer Menstruationstasse. Hier sei allein das Übergewicht genannt oder das Trampolinspringen oder vaginale Geburten. Also das sind ja alles viel größere Risikofaktoren für den Beckenbodenleiden, als jetzt eine Tasse zu nutzen. Die Frage ist natürlich auch, jetzt habe ich schon eine Senkung, kann ich die Tasse trotzdem nutzen? Ja, wichtig ist, wenn du da eh schon Probleme hast, diese Probleme eben anzugehen. Und hier hilft einfach ein Pessar. Wer nicht weiß, was ein Pessar ist, dürft ihr euch dieses Video einmal anschauen. Pessar ist ganz, ganz wichtig, um diese Stützfunktion des Beckenboden wieder aufrechtzuhalten und das Bindegewebe zu stützen. Für die Muskulatur des Beckenboden ist wiederum eine Physiopelvika zum Beispiel ganz gut, also eine ausgebildete Physiotherapeutin im Bereich des Beckenbodens. Und dann kann man auch gewissenhaft und guten Gewissens vor allen Dingen eine Tasse nutzen, ohne dass man jetzt irgendwelche Beckenbodenschäden befürchten müsste. Nächste Frage. Wie reinige ich denn meine Tasse jetzt wirklich richtig? Reicht wirklich nur kaltes, klares Wasser? Kaltes, klares Wasser. Also, die Menstruationstasse, wenn sie kommt und du packst sie aus, dann sollte sie auf jeden Fall einmal sterilisiert werden, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise desinfiziert werden. Erzähle ich gleich noch. Das ist schon mal wichtig. Dann ist es natürlich ein Produkt, was mehrmals verwendet wird, was in einem Bereich verwendet wird, der ja besteht aus vielen Keimen. Na klar, sollst du das nicht durch die Pfütze schieben und dann die einführen. Das ist schon ganz klar. Aber das ist auch kein Produkt, was jetzt unbedingt steril, also keimfrei sein muss, zwangsläufig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, hier auf eine Sauberkeit, eine grundlegende Sauberkeit zu achten. Dazu zählt Händewaschen vorher, nachher, ist schon klar. Wie mache ich das Ding jetzt sauber? Also, wenn man das erst mal bekommt oder auch zwischendurch, was viele machen nach der Periode und auch machen sollten übrigens, ist das ganze Ding auszukochen zum Beispiel. Das macht man entweder im Kochtopf. Da ist es wichtig, dass natürlich die Tasse nicht am Rand des Topfes oder am Boden irgendwo schwimmt, weil dann kann sich natürlich bei einer hohen Hitze, die werden bei 200 Grad geprüft, aber trotzdem kann sich natürlich hier Partikel lösen oder die kaputt gehen. Also es sollte schon irgendwo in der Mitte schwimmen. Die Zeitangabe, die man das auskocht, variieren total. Ich denke, mit 5 Minuten machst du überhaupt nichts falsch. Wenn du es natürlich 10 Minuten drauflässt, umso besser. Aber wie gesagt, das Ding muss nicht keimfrei sein, sondern sollte möglichst sauber sein. Eine schöne Variante, die viele, viele Frauen auch machen, ist einfach eine Mikrowelle. Also in einem Mikrofällen festes Gerät. Es gibt sogar Desinfektionsbecherchen, wo man das reinmachen kann, Wasser rein und dann auch eben die gewisse Zeit auskochen. Es gibt auch Tablettchen, die man irgendwo in Wasser macht, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, hat keine Mikrowelle und kein Herd, gibt es auch so Tabletten, die man in ein Glas Wasser machen kann. Man macht seine Tasse da rein und dann ist das Ganze auch desinfiziert. Wenn du jetzt unterwegs bist, sagen wir mal auf der Raststättentoilette oder so, reicht natürlich ein kaltes oder lauwarmes Wasser. Du brauchst auch keine Seife unbedingt, um das schön sauber zu machen. Wenn du komplett unterwegs bist im Auto, weiß der Geier, dann kann man das Ganze auch mit einem Reinigungstuch machen zum Beispiel. Also Menstruationsgewebe, Blut, ist ja per se nicht kontaminiert oder irgendwas. Klar sind da Keime, Bakterien drin, aber es ist deine Standortflora. Es ist dein Mikrobiom. Es ist jetzt nichts Fremdes. Wenn du es also mit einem Feuchttuch im Auto abwischst, in ein luftdichtes Gefäß machst oder in ein Tütchen machst, was luftdicht ist oder was einfach geschlossen ist, dann ist das okay, weil du nutzt es ja nur alleine. Aber klar, nach der Periode gehört das Ding wieder ausgekocht, desinfiziert, in ein verschlossenes Gefäß, in den Schrank und dann kannst du es, wenn es mal wieder soweit ist, wieder rausholen. Wie führe ich die Tasse richtig ein? Ich habe da Probleme, sie zu knautschen. Also mit knautschen ist, glaube ich, das gemeint, dass man die zusammenfaltet. Ja, das ist das Schöne an so einer Tasse oder auch an der Scheibe, die ist elastisch. Hier gibt es verschiedenste Varianten, wie man die Ganze faltet. Wenn ihr mal ein ausführliches Video dazu wollt, wie führe ich eigentlich so eine Tasse richtig ein, welche Techniken gibt es da, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn da jetzt ein großer Zulauf ist und Interesse an dem Thema, mache ich das gerne. Ich habe hier meine Attrappen, wo ich euch das einfach zeigen kann. Ganz kurz, es gibt wirklich viele Varianten. Es gibt zum Beispiel so eine C-Technik, wo man hier mit dem Finger, ich weiß nicht, ob man das sieht, mit dem Finger quasi reindrückt und dann entsteht hier so ein C, sodass die Oberfläche einfach dieser Tasse kleiner wird. Dann hat man hier wie so eine Art Tampon in der Hand, muss man auch sagen. Viel größer sind die da teilweise auch nicht und dann kann man das schon mal kleiner machen. Es gibt aber auch noch so eine, ich weiß gar nicht, wie sie sich nennt, Punch oder sowas, eine Variante, wo man den Rand mit dem Zeigefinger eindrückt und dann entsteht hier so eine Art Muschelgebilde. Vielleicht sieht man das ganz gut in der Kamera. Und diese Muschel hat ja eben jetzt auch eine kleinere Oberfläche und deswegen kann man es sich auch gut einführen. Dann gibt es noch eine S-Variante, die geht jetzt hier mit der Tasse, die ich hier von meiner Frau habe, nicht so gut, wo man das Ganze einfach zu einem S sich formt, so hält und hat man eben auch entsprechend eine kleinere Oberfläche. Welche Variante du da jetzt nimmst, wie du das Ganze knauschst oder ob du es einfach irgendwie mit den Fingern zusammenstaust, ist im Prinzip egal. Und klar, wie beim Tampon einführen auch, ein Bein irgendwo aufgestellt auf den Badewannenrand, auf die Toilette, das hilft immer. Viele nutzen da jetzt auch irgendwelche Kleidgels, aber da reicht zum Beispiel auch, viele nehmen auch Vaginalsekret zu der Zeit, dass sie einfach mit dem sauberen Finger einmal das Ganze benetzen, damit es besser flutscht. Braucht man aber im Prinzip nicht. Könnte man aber nutzen, wenn man jetzt einfach ein Kleidgel zum Beispiel zur Hand nehmen möchte. Ja, das ist die grobe Variante. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal ausführlicher wissen wollt oder ich euch das am Modell zeigen soll, wo die auch sitzen muss, dann sagt das gerne. Die wird dann eingeführt und dann lässt man das ganze Gebilde los. Man hört manchmal sogar als Frau so ein Ploppen, dann weiß man, okay, die ist jetzt komplett entfaltet. Manchmal merkt man aber auch richtig, wie sich das dann so entfaltet. Und tatsächlich kann man auch, wenn man seinen Beckenboden gut ansteuern kann, die Tasse mit dem Beckenboden auch noch ein Stück weit positionieren. Es gibt ganz viele Frauen, die das einlegen und sagen, hier müssen wir aber noch ein Stück hoch und dann sitzt sie gut. Es gibt aber einige Frauen, die dann noch mit dem Finger nochmal nachfühlen, nochmal hochdrücken. Da gibt es ganz verschiedenste Varianten. Man merkt den Unterdruck meistens, dass sie gut sitzt. Und dann, wenn man sie nicht merkt im Alltag, sitzt sie auch bombenmäßig. Ist sie über Nacht auch nutzbar oder lieber nicht? Das ist so ein bisschen nach Gusto. Also im Prinzip sollte man ja schon nach sechs bis acht Stunden das Ganze wechseln. Wenn du jetzt in dem Raum einschläfst oder wieder aufwachst, ist das ja völlig okay. Okay, ich persönlich, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde es wahrscheinlich so machen, dass ich an meinem stärkeren ersten, zweiten Tag eine Tasse nutze über den Tag und über Nacht halt Menstruationsunterwäsche. Und auch dann, wenn die Tage schwächer sind, würde ich dann wahrscheinlich eher auf die Unterwäsche wechseln, als das einzuführen. Weil natürlich, es liegt an einem Gewebe an, was sehr empfindlich ist. Das Vaginalwand ist zwar sehr robust, aber wenn da dauerhaft irgendwas drauf liegt, dann kann das auch schon zu so leichten Störungen der Hautbarriere zum Beispiel führen. Also ich würde dann, wenn ich es vermeiden könnte, sie zu tragen, würde ich das auch vermeiden. Wenn du aber sagst, passt für mich, ich merke die nicht, bin nachts, damit fühle ich mich safe, dann spricht da jetzt auch erstmal nichts gegen, wenn du jetzt nicht, weiß ich nicht, 20 Stunden am Stück schläfst. Was dir sehr gegönnt wäre, aber was ich jetzt mal nicht annehme. Sehr gute Frage. Muss ich nach einer Schwangerschaft oder Geburt eine neue Tasse bestellen? Tatsächlich. Ja, also das wird wahrscheinlich so sein, denn es ändert sich natürlich im Laufe eines Lebens extrem viel anatomisch. Gerade auch nach Schwangerschaft und Geburt, muss man sagen. Gerade auch nach einer vaginalen Geburt. Dann ist einfach eine Vagina weiter, der Beckenboden hat an Elastizität verloren, ist weiter runtergekommen und die Voraussetzungen für eine passende Tasse sind schon wieder ganz anders. Wichtiger Punkt, ganz wichtig. Schmeißt die alten Tassen nicht weg. Stellt sie in eure Schublade oder wo auch immer hin und behaltet sie, denn es kann sich auch mal wieder was ändern. Auf einmal machst du mehr Sport, hast 5 Kilo abgenommen oder andersrum. Es ist Weihnachten, hast 5 Kilo zugenommen und auf einmal passt die Tasse, die eigentlich von einem halben Jahr super gepasst hat, überhaupt nicht mehr, aber die alte Tasse, die du noch im Schrank hattest, die passt jetzt super. Also ihr dürft nicht vergessen, dass so eine Vagina kein starres Rohr ist, was einfach für immer so bleibt, sondern drumherum ist sehr viel Muskulatur und die Vagina an sich ist ja auch aus Muskulatur. Und wenn man da eine neue Sportart macht oder das Fettgewebe drumherum mehr oder weniger wird, dann ändert sich das komplett. Und dann kann natürlich auch wieder eine Tasse oder eine Scheibe passender sein oder nicht passender sein. Also mein Appell ist immer ja, genauso wie beim Diaphragma zum Beispiel oder Pessah, behaltet eure alten Sachen. Es kann sein, dass die nochmal passend gemacht werden oder passend sind. Sehr, sehr häufige Frage, geht das auch vor dem ersten GV und Hümen noch vorhanden? Also Hümen ist, ich sage dieses Wort jetzt ein einziges Mal, ganz leise, damit alle abgeholt sind und wissen, was ich meine. Es heißt im Volksmund Jungfernhäutchen und dieses Wort dürft ihr jetzt einmal gehört haben und nie wieder nutzen, denn es ist einfach das Hümen. Und das ist einfach eine Virgo Intakta, ist ein Mensch, der weibliche Geschlechtsorgane hat und noch niemals Geschlechtsverkehr hat, damit wir da schon mal auf einer Ebene sind. Und natürlich ist es nicht nur beim Tampon so, sondern auch bei der Tasse so, solltest du ein Hümen haben. Das ist ja so ein Hautfältchen an der Seite oder oben und wenn man da mit einem Tampon oder auch der zusammengeknautschten Tasse entlang schuppert, dann kann man das verletzen. Dann kann es auch wehtun, dann kann es auch leicht bluten. Muss nicht, aber könnte. Das muss man vorher wissen. Das muss man aber eben auch beim Tampon wissen. Sonst gibt es kein Mindestalter oder sowas, wo man sagt, nee, erst ab dem 30. Lebensjahr darfst du eine Tasse nutzen. Das gibt es nicht. Ich habe eine 16-jährige Patientin, die eine Tasse nutzt und das auch schon seit dem 15. Lebensjahr. Das gibt es durchaus. Man muss es halt erstens wollen, man muss sich mit dem Gedanken wohlfühlen, man muss es ausprobieren, ob es überhaupt klappt. Natürlich ist eine Vagina einer 16-Jährigen viel, viel enger und vom Gewebe viel straffer als eine Vagina von einer 35-jährigen Frau. Das ist einfach so. Und deswegen muss man schauen, ob das mit der entsprechenden Tasse oder Scheibe eben funktioniert. Aber grundsätzlich spricht da überhaupt nichts dagegen. Aber man sieht ja auch statistisch, wie viele Frauen und vor allem ab welchem Alter nutzen die Menstruationstasse. Das sind die Frauen Ü30. Die haben meistens vielleicht auch schon ein Kind oder eben auch keins, aber haben sich jetzt irgendwie vom Tampon verabschiedet oder von der Binde verabschiedet und sagen, ich möchte jetzt irgendwie mal was anderes. Und die haben natürlich auch schon ein gewisses Maß an Erfahrung und sagen, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Aber nein, spricht überhaupt nichts gegen. Probier es aus, wenn du es möchtest. Du dich mit dem Gedanken wohlfühlst, dann let's go. So, ich würde sagen, letzte Frage, weil wir haben jetzt schon einiges hier auf der Agenda. Und die Frage ist, glaube ich, schön zum Abschluss. Ja, das ist wirklich schön. Wie löst man bei starker Periode den Unterdruck, ohne dass gleich alles überschwappt? Also, das ist nämlich ein Punkt, den auch viele Frauen davon abhält, überhaupt eine Tasse zu nutzen, weil sie Angst davor haben, sie könnten sich blutige Finger holen. Grundsätzlich ist das so, ich hole nochmal meine Tasse, dass wenn du eine starke Blutung hast und die Tasse ist voll und du löst den Unterdruck, dass da was schwappt, dass da was rauskommt. Das ist, glaube ich, fast nicht zu vermeiden, wenn da hier schon die Oberflächenspannung ausgenutzt ist. Dann wirst du dir einen blutigen Finger oder eine blutige Hand holen. Das lässt sich also nicht vermeiden durch irgendeine Technik. Was du gar nicht machen solltest, ist dann wirklich da unten dran ziehen und dann löst sich nämlich irgendwann dieser Unterdruck plötzlich. Und dann kannst du, glaube ich, direkt dir die Hände waschen gehen. Deswegen ist es schon trotzdem wichtig, auch wenn du weißt, die Tasse müsste voll sein, den Unterdruck zu lösen. Es gibt Menschen, ich weiß, die jetzt kein Blut an sich haben können oder auch kein Blut sehen können. Für die ist vielleicht eine Tasse wirklich nicht geeignet, muss man einfach so sehen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich möchte kein Menstruationsblut an mir haben. Und da muss ich einfach widersprechen, weil ich den Sinn nicht so ganz verstehe. Es ist dein Gewebe, es ist deine Schleimhaut, es ist dein Blut. Es ist also nichts Schlimmes. Man wird immer gesellschaftlich so erzogen, dass Periodenblut kontaminiert ist, irgendwie keimenbelastet ist. Ist es auch, sind Keime drin, na klar. Aber es sind ja deine Keime, es ist ja dein Mikrobiom. Es ist wie dein Darm, da sind auch Keime drin, die quasi dir gehören. Deswegen ist das ja auch nichts Körperfremdes in dem Sinne. Und grundsätzlich zu sagen, nee, ich möchte oder ich habe Angst, da Blut an meiner Hand zu haben, das ist, würde ich halt eine Frage, warum eigentlich? Weil man kann das abwaschen, es ist dein Blut. Klar ist, wenn man jetzt auf einer Raststätte ist und man kommt mit zwei blutigen Händen von der Toilette, ist natürlich nicht so toll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist, das Waschbecken ist gegenüber, sehe ich da, oder sagen wir mal anders, würde ich da gerne, dass du vielleicht das nochmal überdenkst, wenn du jetzt grundsätzlich einfach sagst, i. Weil es ist nicht i, es ist was völlig Normales und das darf ich als Gynäkologe sagen, denn ich habe sehr viel Blut an den Händen und das von fremden Menschen. Also zu deiner Frage zurück, du kannst das glaube ich nicht verhindern. Man könnte natürlich sagen, ich wechsle alle zwei Stunden, weil ich weiß, meine Tasse ist nach vier Stunden rappelvoll. Da müsstest du halt öfter wechseln, das wäre die Alternative. Oder die Variante ist halt, es kann sein, dass du dann einen blutigen Finger bekommst. Und ich erzähle das ja immer wieder. Oder es gibt ja auch Frauen, die das schon professionell machen, die die Scheibe vor allen Dingen in sich drin leeren. Die also auf die Toilette gehen, die die Scheibe, den Unterdruck entfernen und dann quasi das Blut ablaufen lassen. Das funktioniert mit der Tasse auch einigermaßen, aber es bleibt immer ein bisschen was über. Also die wirklich umzudrehen in sich drin ist schwierig. Aber den Unterdruck lösen, die ein bisschen zur Seite zu kippen, das funktioniert schon. Dann läuft das meiste ab, aber es bleibt immer ein Stückchen was zurück und das ist wieder bei der Tasse nicht ganz so optimal. Wenn man bedenkt, man hat da so eine Pfütze, ist nicht 18 Stunden altes Gewebe und Blut in sich. Das ist dann wirklich, was das Toxic-Shock-Syndrom wieder angeht, nicht so optimal. Deswegen funktioniert es bei der Tasse das Prinzip eben nicht. So gut jedenfalls. Klar, für unterwegs, das geht natürlich mal, aber man muss dann halt schnell zusehen, dass man die komplett dann einmal entleert, säubert und so weiter und so fort. So, wenn du jetzt sagst, das mit der Menstruationshäuser, das muss ich nochmal intensivieren, deep dive, dann kannst du dir das Video hier oben einmal anschauen. Da kannst du einmal das komplette Video sehen. Und wenn du sagst, oh, Menstruationshygiene, wenn man so möchte, interessiert mich extrem, darfst du dieses Video hier unten einmal anklicken. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist natürlich ein Abonnement dalassen, denn dann weiß ich, das ist gewollt, du willst mehr und das kannst du mir auch in den Kommentaren dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Ciao.